ja hallo meine liebe youtube-freunde und ich habe den vergesst nicht, dass ich habe im film und herzlich willkommen früh zu let's play order of month's odyssey ja wir haben heute heute am montag dem 2. august um 20 46 das heißt also ja ich habe heute nicht so viel zeit und zwar kurz ein paar informationen vorweg ah ok was ich auch machen wollte und zwar ja ich habe immer noch internet probleme das lässt sich nicht verbinden also das ist zwar verbinden weil sarah fay hier bei uns hat sowas von probleme momentan also das ist im ersten was ist das denn vor allem links ja was auch immer das zu gut ist ja falls sie es bemerkt haben ich habe automatisch bisher noch nie darauf hinfahren den außerdem vielleicht die ersten drei grund dafür ist kein internet ich spiele jetzt schon wieder offline modus also sieben offline modus die nächste sache ist folgend ich habe mich ja ich habe heute die erste info das heißt morgen oder übermorgen wird es mal scheiße gehen vielleicht aber ich schaffe es mal nicht so das ist nicht so stark und ich habe jetzt also ich habe jetzt ich arbeite jetzt nur noch diese woche das heißt ich bin nur noch diese woche aufs internat und dann habe ich drei wochen urlaub das heißt ich kann jetzt die woche verbringen ein bisschen vor zu produzieren weil wenn ich saß würde ich habe ja mein pc zuhause nicht das habe ich ja nur hier auf dem internat erst wenn ich mit dem internat falsch bin dann nehme ich auch mit pc mit und so das heißt ich kann mich ein bisschen dran sitzen vor zu produzieren und das um einige sind hoffen und hoffen mal hoffen dass ich die aufnahme hochladen kann die tage eieieiei das wird auch kritisch das heißt also ich sag noch mal schon vorher falls ich mit artworks monst audition die tage fertig werden wird weil ich es nicht jede menge vor produziere ich habe es nämlich ich weiß nicht ob es auch so klappen wird jetzt aber ich habe es zumindest mal vorgesetzt so in anführungsstrichen mal vorgesetzt vorgenommen dass ich also ab nächster woche habe ich ja urlaub dass ich dann sag noch so samstag und sonntag so jeden tag mal so zwei aufnahmen also hochlade beziehungsweise veröffentliche weil ich habe hier in dem fall dann schon hochgeladen weil sonst wird es ja gar keinen sinn machen dass ich vor produziere weil ich ja dann nicht an meinem pc habe bin und die videos ja auch auf meinem pc dann gespeichert sind und ich die dann ja auch nicht hochladen könnte also zumindest von meiner mini auswahl das heißt vor produziere und vor produziere und nochmal vor produziere und vor produziere und ja falls das heißt falls ich mit my lord must odyssees falsch bin habe ich wirklich noch was anderes als ich dann das hätte zocken könnte also anfangen könnte also anfangen könnte das muss man versuchen among us braucht mich halt getting over it vielleicht portal 1 und 2 habe ich ja noch und mit undertale da warte ich noch ein bisschen weil da muss ich noch gucken wie ich das hier machen kann das ist nur weil undertale ist ja nur sag mal so im fenster von ungefähr da von da nach da hoch so im fenster das heißt ich muss noch gucken wie ich das mit der aufnahme machen kann das ist nur diesen bildschirmbereich das ist das spiel sozusagen aufnimmt obwohl ich glaube ich glaube ich habe etwas eingefallen eine einstellung wo ich mal eigentlich fast immer ausgeschaltet lasse aus irgendeinem grund dann würde ich sagen fahren wir mal fort die ersten fast fünf minuten damit vergeudelt nur die information loszuwerden aber besser ist es so warte ich habe jetzt f1 gedrückt f1 ist aufnahme starten ich dachte das hätte jetzt beendet und eine neuaufnahme gestartet ich habe immer so die angst ich habe immer so die angst dass mir das passiert irgendwann passiert es aber noch obwohl das nicht passieren kann weil ich habe jetzt auch f1 gedrückt außersehentlich weil kommando also der gamespeak ist ja fängt ja bei der taste 1 an stattdessen natürlich auch manchmal f1 weil auch eine 1 trock ist ja aus dem rot weil auch eine 1 trock ist wir sind jetzt zum level oh gott ich dachte das hätte jetzt aufgehangen slowkitte 10 27 und falls ihr euch fragt warum das projekt nicht blind ist ich habe es ja schon davor auf der pc wieder wöchst du kannst das ein paar geschnitten dann klingt das dare zu so 2 slogs in einem ähm habe ich den timer gestaltet ja habe ich okay so das sind die beiden mal gesagt Hilfe Ich weiß nicht, was ich diese deutsche Stimme sagen soll. Und wieso ist der Boden so komisch? Oh, ich dachte, das wäre nur Darken gewesen, das ist nur so ein Sleek. Alter, machen wir doch nicht so einen Schrecken. Ach, ich hätte auch da rumlaufen können. Ah, weißt du was? Komm, Slow, Slowie. Ich dachte, das wäre wirklich eines Locusts da haben. Ich glaube nicht, wie das. Und zwar demonstriere ich mal kurz was. So, jetzt sind wir aufstehen. Okay, okay. Oh nein, Instagram-Benachrichtigung. Okay, irgendjemand hat ein Live-Video gestartet. Sonst möchte ich es nicht. Guck ich eh nicht rein. Ähm, so. Ach, da ist die Tür, okay. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ne. Ape. Ich habe nicht vergessen. Ich müsste nämlich hier hin platzieren, dass ich den kann. Dementsprechend heben kann. Oh, da steht aber... Entschuldigung, da steht da ganz gefällig. Nehm nur eine Recycle-Maschine. Nehm nur eine Recycle-Maschine. Was machst du denn da noch? Was machst du denn da noch? Was machst du denn da noch? Wieviel gibt es denn hier überhaupt zu retten? Oh, neun. Neuner. Jetzt geht er fast. Oh nein, nicht Escape. Escape. Ah, Escape. Okay. Ach, warte. Ich glaube, ich muss doch da hoch, oder? Boah, da komme ich wieder so mit dem Kran. Ne, da komme ich nicht so. Also, den kriege ich nicht so mit dem Kran. Das heißt, ich müsste Ape kurz so holen. Ape müsste den da runterschmeißen. Ich sehe gerade, ich stehe ein bisschen durch mit Ape. Das heißt, dann mal raus. Dann mal tauschen. Hier hin platzieren. Tauschen. An die Maschine. Und an. Ja, ich habe nicht gestanden. Sind sie jetzt hier... Also, ich habe ja vorher hier so ungefähr gestanden. Ja, ist ja. Bin nicht gegangen. Seht ihr. Ähm, so. Ja, ist gut. Ich muss erst mal wechseln. Scheiß. So, schmeiße ich den mal kurz runter. Ist hier noch was oben? Irgendwo oben versteckt. Und... Dass ich da nicht drauf bringen kann. WTF? Na gut. Ich sag mal nichts. Was? WTF? Hm. Hey, hör zu! Hey ihr zu seht! Ah. Der von hinten noch. So. Alle mal zuhört! Nicht F1. Und nicht Alt und F4. Achso. Beide sollte ich nicht drücken. Wäre F1 noch Alt und F4. Kann ich doch runter? Ich kann ja nicht runter fangen. Hey Jungs! Ihr müsst die Motocons kratzen durch dieses Spalier aus Flinkbomb an uns hungrigen Smogies bringen. Huh! Ich hab keine Ahnung wie das gehen soll. Wir sehen uns! Alter! Ich hab ihn grad... Ohne Scheiße! Ich hab ihn grad nur teilweise verstanden wegen dem hier kratzen. Als halt im Hintergrund. Ich muss mal ein bisschen höher stellen. Ich weiß aber auch nicht zu laut machen. Ich will noch was sagen. Nur wegen grad dem hier kratzen hab ich ihn nur teilweise verstanden. Oh Scheiße. Winkt das nochmal? Oh das hab ich noch so schwach von Erinnerungen. Auf jeden Fall ein Expresso. Fuck! Okay ich mach erstmal einen Quicksafe. Die 10 Minuten nimm ich ja nur. Und einmal noch Spielspeichern. Wir müssen auch noch. Vielleicht. Ich mach ja meine neue Speicherdateien. Egal. Wer ruft jeden Hotel. Kann ich ja dann ältere Speicherdateien laden. Ähm. So. Aufsehen! Nein! 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 So. Ja. Ja. Ich geh mich erstmal erkunden. Ah ne warte. Das war die Scheiße. Also ich muss die runter holen. Das heißt ich muss mit Ape hier runter? Ähm. Oh. Ah. Ich glaub ich hab's gefunden. 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 Manch. Er bleibt dann hier kurz hier stehen. Ähm. Tab. Ähm. So. Jetzt sprich ich die Kollegen mal einzeln an. Hey das ist ab! Hallo. Wie geht's? Hey die geht's? Hey diese ist acee zwischen Rand. Hallo. Der ist Marcohler? Hallo. See das ist apt? Hallo alter. Nee, ich will den hier anspressen. Hallo alter. Hey wo geht's? Wegeb. HeEEB. Er ist Ange behalf. Hallo, ich will den ansprechen. So, ihr kommt jetzt erstmal, ich nehme an schon eine Platte schieben. Ihr kommt jetzt erstmal hier raus. Kommt die auch alle? Die haben sich wieder hingesetzt. Warum auch immer. Ja gut, dann mache ich es eben auf der Hand. Nicht dieser Tour, den willst du nicht anpacken? Ja, man. Nichts läuft nach Plan. Es ist dieser Moment, wenn nichts nach Plan läuft. So, den anpacken. Hey, war nicht nur 3, wie ist das jetzt hier drin? Ich hab jetzt gerade Bock auf Resident Evil bekommen. Auf Horizon Evil. Auf einer guten alten Resident Evil. Egal, wird total. Könnte auch eine von den Remakes sein. Auf Steam gibt es ja die originalen Teile von Resident Evil gar nicht. Das heißt, wenn ich da ein anderes Play schlafen will, muss ich leider noch ein bisschen warten. Oder ich schaue mir einfach irgendeinen Immolator. Und zack es dann so. Das ist eigentlich ein Ungewand machen. Weil lieber hol ich mir eine... Ich hab ja eine Playstation 1 noch zuhause. Ich muss nur nochmal an Spiele herankommen. Das heißt, GameStop oder wo auch immer ich mir die kaufen kann. Ah, warte ich einmal. Ich dachte... Ah, ne. Aber das ist noch... Scheiße. Ähm. Ähm. Scheiße, man sollte ich nach oben bleiben müsse. Obwohl... Ich kriege ja wieder hoch. Mit einem netten Expresso. Und ein bisschen... Lauferei! Waaah! Geht doch gleich schon meiner Nase zu. Lauf! Bitch! Lauf! Und jetzt will ich nicht sterben, weil... Das ist jetzt wieder... WTF? Resetted. Ah, das meinte ich. Das meinte ich. Sonst wird jetzt hier wieder... Resetted. Oh! Oh! Okay. Aber ich springe doch lieber kurz von unten rum. Weil ich hab gesehen, das sind Slugs. Und ja. Slugs sind jetzt nicht so gut. Für Ape. Weder für Ape noch für sämtliche... Mutter Arkums. Ich hab heute noch aus danach raus. Ich bin Controll也 going Sorry... Ich hab nicht vieleonden vor... So, ich bin jetzt hier hoch. Ich denke, ich denke, aber what the fuck? Ich denke, nichts besseres zu tun. Wow! Nicht ganz runterfallen. Nicht ganz runter! Okay, wieder hoch. Ich nehm die Leiter. Ich nehm die Leiter. Oder auch nicht. Oder ich nehm die Leiter. Yo! Ich brauche schon meine Maus nicht so viel. Es geht selbst als auf die Kamera. Seriously! Okay, schnell mal kurz nen anderen Weg. Äh... Ach, okay. Schnell mal kurz nen anderen Weg, weil hier irgendwo gibt's auch noch nen Weg. Den ich weiß jetzt eigentlich nicht. Nicht nötig gewesen gehabt hätte. Aber... Jo. Mit's nehm ich ihn trotzdem mal. Außer den Weg hier. Oder auch nicht! Alter, okay. Ich stell mich auch grad an. What the fuck? Ja. Jesus Christ! Okay, das war nice, ne? Okay, das war nice, ne? Und jetzt nicht runter landen. Also im Grund. Auch nicht an die Leiter! Auch nicht an die Leiter! Auch nicht an die Leiter! Hallo! So. Was tun wir denn jetzt? Ich komm zurück! Und zwar nicht hier. Ähm. Und zwar mach ich folgendes. Ja. Vorführeffekt. Und zwar mach ich folgendes. Das. Ähm. Ich hab' den anderen ausgesucht. Ich hab' den anderen ausgesucht. Ich hab' den anderen ausgesucht. Da hat's... Ja. Den, den beiden. Zumindest noch. Geschadet. Hilfe! Hilfe! Hilf an! Hilfe! 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 Ja, muss doch das sein Oh, das ist sogar da oben gelandet, also die de-spawn der Leiche, ja die de-spawn der Leiche, die kennst du nicht? Jesus Christ. Ach ne, die Bodenmüchen kann ich nicht annehmen, bestimmt. Ein Kran. Ah, stirb! Wo ist das denn sogar? Wann ist das? Ja, das ist los, die ist los, die hätte ich was vergessen. Aber nur FASST vergessen. Seriously? Ok, ich jetzt sitze einfach da. Unten an der Maschine. Ist bei Ape beim Charten auch irgendwie so. Warte, das wird mich ja erst interessieren. Kann ich da rein droppen? Nein. Zwar macht es den Sound, aber... Jo, hm. Ich will, aber das ist auch nicht. Ähm. Was ist das denn? So. Ist eigentlich hier zumindest mal alles soweit frei geworden. Soweit zumindest mal. Das heißt eigentlich könnte ich das mit Ape rüber. So. Erstmal vorher. Ähm. So. Und jetzt. Das dauert lange. Zu jeden einzelnen Mordaken rüberbringen. Oh, das ist doch... Fuck you. Okay. Weißt du was? Fuck you. Schnell laden. Fuck you. Das war richtig dumm. Wie hab ich schon... WTF? Das kann ich doch nicht so viel im Internet zeigen. Wie hab ich schon dran gestellt? So. Längs. Ja. Oh, er ist kind of laut. So. Space! Tschüss.